Oh Gott. Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge PUBG mit dabei. Ist IHOLIN mit Sonnenuntergang? Oh mein Gott, wie romantisch. Oh, wie geil. Ja, Leute, ihr habt richtig geahnt, beziehungsweise mitbekommen, irgendwie, keine Ahnung, ob wir es überhaupt stehen hatten. Das ist die letzte Folge von der Staffel PUBG. Erstmal? Erstmal. Wir werden andere Spiele spielen, aber das werdet ihr dann alles sehen. Und heute haben wir als Special gedacht, dass wir nur eine Pfanne, Bomben und Schrotflinten benutzen dürfen. Mal gucken, ob wir das überleben. Denn die letzte Folge war ja sehr erfolgreich, fand ich. Wie finden Sie das denn, IHOLIN? Stand der Turm schon immer hier? Also die letzte Runde, die war cool. Die haben zwar nichts geschissen gekriegt, aber die war trotzdem cool. Ja. Das muss man auch mal sagen. Ah, ich freu mich so. Ja, ich bin da. Und wir dürfen... Einmal den Himmel. Oh, wie geil. Wir dürfen, werden wir... Also das ist jetzt die letzte PUBG-Folge, die wir selber spielen. Wir werden zwischendurch kein PUBG spielen, als wenn dann wieder die zweite Staffel kommt. Ist es dann wieder die erste Reaktion, da gibt es vielleicht neue Maps oder so und dann alles... Ja. Aber die neuen Spiele machen auch richtig Spaß, ne? Ja. Wir dürften ja nicht auf was gespannt sein. Aber ich glaube, Mantrap... Ja, Mantrap haben sie schon die Info mitbekommen, wegen, dass... Weniger kommt. Ja. Die kommt ja früher. Jetzt aus und vorbei mit Mantrap. Forever. Aber... Also Mantrap ist für immer vorbei, PUBG nicht. Also keine Angst. Okay, hier ist schon mal eine. Da sind zwei. Boah, irgendwie ist das voll traurig, dass das jetzt die letzte Runde ist, aber irgendwie auch eine Abwechslung, ne? Ja. Ja, geile Schrotflinde. Geil da ran, geil da ran. Oh, bei mir sind schon Schritte. Ja. Aber eine Pistole dürfen wir doch auch nehmen, oder? Eine Pistole kaum. Es gibt ein Dreier-Visier? Hä? Seit wann das denn? Ja, es gibt auch neue Visiere seit dem Update. Nämlich Dreier- und Sechser-Visiere. Ah! I need help. Alter. Ja, ich bin gleich tot. Ich hab keine Heilung. Kannst du zu mir kommen, bitte? Ich hoff das nicht. Was ist das denn? Mist. Guck, guck. Was ist das denn los? Gut, los. Hast du Heilung? Ich hab einmal Pistole. Und einmal Energy. Komm, schnell. Hier kommt einer hoch. Wo ist denn der? Der ist jetzt in ein grüner Haus gegangen. Ach, da. Was macht der denn da? Oh, wir sind Ausschritte. Der halt jetzt den anderen. Ach, warum? Kommt euch den hinter einen garten. Also neben uns im Haus ist einer und gegenüber. Kann ich Heilung? Möchtest du? Nein, ich nehme nicht mehr. Ja. Einfach. Energy. Oh Gott. Ja, toll. Wollen wir ins andere Haus, weil wir können nicht hier ewig bleiben. Wir brauchen auch was anderes. Ah! Ich geh wieder rein. Hilfe, ich hab Angst. Zwei Schritte. Ah! Ah! Alter, hier geht ja richtig die Party ab. Das Problem ist, wir haben keine Heilung. Wir haben gar nichts. Das Einzige ist, wir können hier warten. Wir hoffen, dass wir uns nicht entdecken. Jetzt hab ich... Ach, jetzt hab ich weniger Heilung. Ist das denn Ernst? Was? Was? Hä, von wo denn? Ah, nee. Scheiße, 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 scheiße. Er kommt gleich hoch. Scheiße. Ah! Ganz ehrlich, der cheatet. Mann, ich hab keinen Bock mehr. Dann machen wir aber... Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, dann machen wir noch eine Runde dran. Wollen wir auf die Wüsten mit? Weil es ist nicht ganz so günstig, in Pushing-Ki zu landen, wenn wir nur mit Schrotblinden sind. Aber ich würd sagen, wollen wir zur Wüste, weil da gibt's mehr... Da gibt's die Wind und so, bessere Waffen von Schrotflinden her. Dann lass zur Wüste. Oh Gott. Wir haben uns erst nur aufgewärmt, ja, also... Dann schillig, ganz easy. Wir wärmen heute noch... Was? Genau. So. So, hat jemand ein T-Shirt an? Wie hier jemand hat ein T-Shirt. Da geht's. Ja. War das schon immer hier? Krass. So war die hier in San Martin. Hm? San Martin. ist das bei dir auch so mega warm zu übertrieben ja das ist gut das wäre es noch aber was macht man denn nicht alles da sind zwei drei sechs wir schaffen das können wir doch schaffen ja wir schaffen auf dem dach auf dem dach auf dem dach ja nein ich bin runtergefallen aua ist das weh oh mann ist gar die würde ich so gern benutzen dürfen wir nicht wirklich nicht mit waffen ach so und darf man die s 12 k nehmen ist das auch so was in den schroten dann ist halt schrotflinten time ich habe es gar gefunden ich krieg die tür ist das überhaupt eine tür nee ich laufe gegen die wand da liegt komm wir gehen zusammen in das drüben nach haus ich bräuchte hilfe ganz dringend hinter mir ist einer von mir ist einer hier ist einer hier ist einer ich weiß wo denn hier im haus ja wo hat die sich gerade ausgerissen also die klamotten ausgerissen das und das 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 aber warum hat er mich nicht erschossen er hätte mich eh so netten können kommen noch von den das andere auskommt geradeaus viele schritte ich habe noch kein helm das ist gut komm hoch komm hoch komm wir gehen ganz hoch ich bin ganz oben bei mir wirst du als unten angezeigt da ist einer unter uns unter uns ja in der anderen etage pass auf der kommt 2 gegen 2 naja it's challenge time aber mit schrutschlinden ist das auch echt schwierig ne ja die fallen halt nur einen schuss ab und dann musst du erst nachladen und dann wieder einen schuss und ja hübsch okay Welcher Hintergrund? Was ist denn bei dir? Bei mir ist ein grüner Hintergrund. Okay. Wollen wir jetzt nicht so machen, dass wir jetzt Waffen nehmen, aber sobald wir einen Mensch sehen, müssen wir auf den zurennen und nicht verstecken, wenigstens, weil sonst wird das echt ne scheiß Runde. Zum Abschluss? Ja, lass mal so machen, weil sonst kriegen wir ja nix geschissen hier. Eben. Oh Gott. Da 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 da. Na 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 na. Ich verküsse mich hier. Ich komme mit. Die Leute sind mir alle viel zu strange. Und ich? Du nicht. Aber die anderen. Wir kommen von hinten. Alles klar. Alle guten Dinge sind allein. So, letzte Runde, letztes Glück, würde ich sagen. Wir haben ja ein bisschen Überlänge hier zum Abschluss. Zum vorläufigen Abschluss. Ja, jetzt dürfen wir ja Waffen benutzen, alle. Aber wir müssen auch andererseits auch zu den Leuten hinrennen. Oh Gott. Aber da würde ich sagen, dass wir es zusammen machen, wenn es mehrere sind, oder? Wir müssen das sogar zusammen machen. Alleine schaffen. Weil wenn wir nicht Weils sind, dann ist es schon schwierig. Okay. Waschen mal eine. Okay, da sind schon mal zwei. Ach ja. Let's go. Oh, Schmerzmittel. Ah, gut. Und was haben wir da? Eine Schrotflinde. Ich hab nur 10. Ich hab nur 10. Ich nicht. Nix. Ja. Und ne Ska. Oh. Wie cool. Du hast so coole Sachen, die ich nicht hab. Ja. Apropos zusammenbleiben. Apropos zusammenbleiben, ne? Wir wollten ja zusammenbleiben. Da kann ich doch nix für, wenn du auf die andere Seite läufst. Woher soll ich wissen, dass du auf die Seite läufst? Ja, weiß ich nicht. Weil du sonst immer meine Gedanken lesen kannst. Ja, genau. Ja. Ich hab keine richtige Waffe. Also ich meinst du... Ich hab mit den gelben Häusern, da gibt's immer richtig viel Stuff. Theoretisch müsstest du jetzt hinrennen, ne? Ja, ich seh den aber nicht. Aber zu den Schüssen. Hä? Wow. Scratch. Wui. War ich hier schon drin? Ne. Und ein Vierer-Visier. Wenn ich ne Waffe hätte, wo ich den drauflegen könnte. Ja. Was ist hier? Ja, nur Uzi. Das ist jetzt aber nicht so der Bruller. Ne AKM ist gar ne M-Dings. Nehm doch mal den Zweier-Rucksack. Bei mir sind Schritte. Oh, muss ich jetzt wirklich zu den hinlaufen? Hm. Hm? Das ist super, ich weiß nicht. Ich gucke mir nicht mehr. Oh, da. Oh. Ah, das sind Slayers, oder? Ah, nee. Ah, was ist das da? ja noch mal deckt mich doch du musst darauf zu rennen habe ich auch gemacht doch schluss hier machen 8 2 2 aber da vorne Jetzt musst du hinrennen, weil du ja weißt, wo die sind. Haben wir ja ausgemacht. Das ist das Problem. Ja, ich bin auch bei zwei hingerannt. Ja, was war denn hier? Das wusste eine hin von ihm. Hä? Ach, da. 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 Was war denn hier? Oh, ein vierer Visier. Oh Gott. Irgendwie weiß ich jetzt nicht. Ja, okay. Legal. Eigentlich müsstest du ja hinrennen. Ja. Ja, ich sag's nur. Und das passiert, wenn man hinrennt. Wir haben das so ausgemacht. So. Zum Schluss mal noch ein bisschen Action. Ah. Alles klar, wie viel hab ich denn auch davon? Das ist so ausgemacht. Oh Gott. Ja, dann war's das ja erstmal die letzte Runde Fair Announce Battlegrounds. Für Staffel 1. Genau. In ein paar Wochen, beziehungsweise Monaten geht's dann friff und runter weiter. Hat es bis dahin ja auch ein neues Update gekommen, wer weiß. Denk ich mal schon, ne? Ja. Also auf der Computer-Version, da gibt's ja jetzt schon die neue Map. Bin ich ja mal gespannt, wann die neue Map hier drauf kommt. Ja. Hui! Also dann vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Bye!